herz willkommen zu einem weiteren video aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone und da geht es jetzt um die fokussperre und die makroaufnahmen und wie immer in meinen videos hier zur smartphone fotografie verwende ich ihn hier jetzt mal die app camera mx du kannst die inhalte die die wir hier kennenlernen makrosperre mark auf natürlich auch mit anderen apps umsetzen aber wenn interesse hast und dieser kostenfreien app camera mx und die ist gut für einsteller geeignet ist dann kannst du dir auch mein grundlagen wieder natürlich dann anschauen wieder einfacher mit der app camera mx arbeiten kannst ja und mark aufnahme sind diese großaufnahmen das wirst du sicherlich wissen der punkt ist jetzt der dass wenn ich mir ein foto machen möchte dann kann es sein dass der sogenannte autofokus das heißt der teil dass die kamera ist bemüht dass ich wieder einzelne teile scharf stelle und da ist die kamera so programmiert dass die app so programmiert dass sie immer wieder versucht besonders interessante motive scharf zu stellen und manchmal kann es sein dass sie da einfach die falschen dinge scharf stellen wir als ein unterschiedlichen geschmack haben und dann arbeitet man mit der sogenannten makrosperre und das schaut dann so aus dass ich mir dann ein objekt die ein motiv dann nehme längere zeit und drauf drücke auf den teil den ich da scharf gestellt haben möchte nämlich auf dem display und dann erscheint dann hier bei kamera mx und bei anderen apps ist es ähnlich erscheint dann hier so ein symbol und das bedeutet dann dass auch wenn ich mich jetzt am minim dieses schloss hier und das bedeutet dann wenn ich meine kamera auch minimal bewege dass trotzdem das objekt dass ich hier damit ausgewählt habe auch dann wirklich scharf gestellt wird also nicht dann automatisch dann dahinter zum beispiel hier dieses brillen etui dann besonders scharf gestellt wird sondern in dem fall hier dieser dieses dieser teil meiner uhr und damit wird dann aber auch in dem moment nicht nur fokus gesperrt sondern auch die belichtung und die belichtung haben einem anderen video schon besprochen ist auch ganz wesentlich man kann sich sein dass ich dann bestimmte dinge dann besonders gut dann beleuchten kann also vorher um die belichtung kümmern dann die fokus sperre aktivieren nämlich lang auf das display drücke und damit kann ich dann auch bestimmte dinge wirklich sehr gut nämlich in der makro aufnahme kann ganz nah herangehen ohne dass der autofokus dann auch andere dinge dann irgendwie scharf stellt und wie immer geht es auch hier darum dass man sich das einmal genauer anschaut dass auch selber dann wirklich macht deswegen probiere es einmal aus fotografiere einen kleineren gegenstand pflanze oder was auch immer mit hilfe der fokus sperre mache es eine makro aufnahme wählt ihr dann das entsprechende bildformat oder eher das gefühl ist dass dann die wirkung eine eine besonders spannende ist dass dieses motiv dann besonders gut herauskommt also 11 16 19 oder 43 vielleicht bietet sich hier zum beispiel auch das bildformat 1 zu 1 an ja danke für deine aufmerksamkeit wir sehen uns sicherlich wieder beim nächsten wieder aus meiner reihe fotografieren mit dem smartphone